Das Stehen im Stadion ist wie der Besuch einer Predigt. Sankt Paulin! Sankt Paulin! Sankt Paulin! Sankt Paulin! Gehst du zum Spiel? Scherzfrage oder was? Sie brauchen also, ich verstoße hier gegen Regeln, ja? Hey, hallo. Aufstiegsspiel Sankt Pauli. Die Rückkehr in die erste Bundesliga. Oder gehen die Rauligs um Seconder Runde? Nächste Runde, die Gedanken! Das ist der wichtigste Tag in meinem Leben, Mann. Sankt Pauli steigt auf. Wir steigen auf. Wir sind fucking Sankt Pauli. Verlassen, der Junge ist okay. Ist ja nur ein Verdacht. Wir sind doch irgendwelche verwirrten Einzeltäter. Wir haben überhaupt keine politische Basis. Das ist der Täter! 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 Gut.